hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge 2k 16 ja nach der letzten niederlage gegen die web das musste ich mich erst mal etwas beruhigen jetzt müssen wir hier erst mal einige sachen erledigen gateway angebot ich habe gerade mit gateway gesprochen und so sieht ihr vorschlag aus acht und wie sie wenn du bei sechs ihrer events auftritt du hast zwölf freie tage ja tschüss vergiss es also das habe ich jetzt mittlerweile schon gelernt sechs tage das ist das sind solche drecks angebote sie würden ich gerne für ein event an den nächsten sieben freien tagen buchen sowas können wir zum beispiel machen also freier tag privates abendessen mit team eigentümer will die intro musik und persönliche arena sounds das würde ich schon gerne machen ich weiß jetzt nicht wie das mit den urheberrecht ist wenn wir das dann anhören naja ja es aus der weekend steht auch bevor wenn ich die aufnahme dann knicken muss dann ist das auch weg ne komm wir machen hier schnell das ding glückwunsch bla 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 also das ist echt so eine sache bei nba die halt echt schade ist so du wurdest ausgewählt für 2017 allstar weekend events rising star challenge slam dunk three point contest na also dürfen wir doch bei zwei sachen schon mitmachen rising stars challenge spielen oh yes wir sind der aufgehende stern was kommt jetzt okay spieltipps teams die den ball verteilen drücken halte l2 wenn du am ball bist um den ball abzuschieben oder mit dem rücken zum korb zu spielen um die funktionen to case smart blade zu benutzen die situations bedingt die besten spielzeug auswählt drücke steuerkreuz nach oben blaketten ein spieler mit der plakette radiergummi ist ein elite blocker der wurfquoten von spielern negativ beeinflusst wenn er in der nähe des korbis ist ein spieler mit der plakette meister des in and out kann sein gegenspieler mit seinem in and out dribbling move zu schlechten reaktionen zwängen teams die den ball verteilen bringen ihren spieler eher in einen rhythmus ein spieler wird leicht kalt wenn er nicht am spiel beteiligt ist so da wären wir vielleicht nächstes jahr schon bei den allstars und rein damit irgendwie habe ich das gefühl dass die halle ganz schön dunkel ist ich habe nicht nur das gefühl die halle die ist ganz schön dunkel na gut vielleicht wird bei den rising stars strom gespart ja das ist natürlich auf jeden fall schon mal eine ehre in der wookie season bei den rising stars mitzuspielen der geht niemals rein zeige ich doch das problem ist natürlich dass ich jetzt überhaupt keine ahnung habe wer hier von denen wie spielt das war ein krasser pass rein damit so bullert ah fällt noch rein ja wir wollen hier natürlich auch beweisen dass wir zu recht mit dabei sind dementsprechend gibt es erstmal einen dreier ins gesicht also wenn ich das jetzt gerade richtig mitgekriegt habe gibt es die rising oder das rising allstar match seit 94 auch hier nochmal an die die vielleicht jetzt gerade zufällig einschalten ich zock erst seit 2-3 jahren nba 2k und verfolge auch die nba erst seit 2-3 jahren schade ich würde gerade sagen was macht der rückwärtsgang einlegen komm die holen wir uns und schnell gleich zu Russell naja ok jetzt spiele ich wieder weil das hat so keinen sinn wenn ich hier die ganze die dreier verhaue da bediene ich lieber die anderen ach jetzt komm ey das ist so lächerlich weil ich kann da gar nichts machen das war genau einmal dass ich in die richtung gedrückt habe und schon falle ich mir den Ball und du weißt du was kannst du einen Mann zu kommen dass du einen Mann zu kommen und du weißt du was kannst du einen Mann zu kommen das ist deine einzige option ja genau ich meine ich meine die freie sind immer besser als ein layup also ich glaube mit dir da ich glaube mit dir Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, defensiver Kollaps. Klar, war richtig schlecht verteidigt. Da, meine Meinung dazu. Denkte ich, lass mich für mich verarschen, oder was? Ja, das war genau mal so eine Antwort, die wir brauchen, ne? Lege ich den Eiskalt daneben. Hey, was ist mit dem? Der Ander sprintet davon. Ja. Und unserer. Und gleich nach vorne. Naja. Endlich wisst ihr, wie es jetzt hier läuft, Mann. Barbecue. Barbecue Chicken. Eigentlich habe ich hier jetzt auch einfach mal Bock zu spielen, wie ich will. Ohne auf irgendwas zu achten, ne? Also lassen wir es einfach mal ein bisschen laufen. Was passiert, passiert. Und was nicht, passiert halt nicht. Wurf faul. Nummer eins geht daneben. Klein sieht doch eher ein bisschen aus wie ein Boxer. Jetzt haben wir das gerade eben von der Nahperspektive. So. Rein damit. Genau. Warum ballert Russell denn auch nicht einfach mal? Für was hat der die Dreierplakette, wenn er komplett frei steht? Übrigens hier mal ein Block für die Galerie. Und dann schießt er nie. Alle, wir sind jetzt um Spaß zu haben, man. Schieß einfach drauf los. Es geht hier um fucking nichts. Ich ballere ja auf, gerade von überall. Haben alle eine Dreierplakette, aber... Die wissen schon, wo der Wurfknopf ist, oder? Geht doch, rein damit! Ihr wisst, das war ein guter Defensiv effort. Aber auf der Seite, manchmal ist es einfach nicht genug. So, hier wackelt natürlich nichts. Weil das weder ein Heim noch ein Auswärtsspiel ist. Noch mal gute Wurf-Defensiv. Bei uns. Ja, darum geht es ja auch rein vor Spaß haben. Sagen sie auch gerade. Also, dann könnte ich einfach mal ein bisschen ballern. Der geht nicht rein. Der geht rein. Schöner Pass. Geht nicht rein. Hier raus. Nochmal ein Pass. Nochmal ein Pass, nochmal ein Pass. Und rein damit. Also, wir führen auch schon mit 15 Punkten, ne? Kriegen ein Päuschen. Und führen auch noch mit 2 Punkten. Das ist natürlich geil. Hier kriegen wir natürlich auch wesentlich längere Pausen als bei den Wau-Yas mittlerweile. Das ist ja wirklich. Und dann. Also, das ist ja, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt meine Päine jetzt nicht gerade mal. Das ist ja schon. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja auch schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, alle zurück. Oh, der fällt sogar rein. Unentschieden. Lockfoul. So sieht's nämlich mal aus. Habe ich mir gedacht, da laufe ich jetzt einfach über alle. Oder ich laufe hinter alle und dann kriege ich einen Pass. Und der Ball ist in seiner Hand. All right, fans. Get up, we go. And welcome back to the Rising Stars Challenge. A Showcase for the up-and-coming stars of the NBA. And what a Showcase this game has been for the league's best and brightest star. And you know, one of my favorite things is seeing the camaraderie between the players. I mean, both of these teams really enjoy playing together and against each other. On the floor for the stars. Freak, he's in a small forward. Jetzt muss er ja werfen. Oh, was ein Block. Das kann doch nicht sein. Wieder ein Block. Oh, komm, schieß. Not bad, not bad. Ah, Mann, ich glaube, ich habe aus Versehen die Weplay weggedrückt. Scheiße! Immer dieses fucking X-Gedrücke gesuchte. Ja, wir kriegen nochmal eine Pause. Aber jetzt führen wir wieder mit 8. 1.49 left here in the fourth quarter. Payne kicks to Towns. And out of bounds as the Stars gain possession. A temporary lapse of focus from him on that turnover. It's embarrassing, but on occasion it does happen. Both teams deciding to change it up. Schöner Pass. So, dann wollen wir in den letzten 1,5 Minuten doch nochmal ein paar Körbe werfen. Danke fürs Umreißen, Umschlagen. Halbtötner. Towns. Und der geht rein. Jetzt werden wir vorne attackiert. Auch mal ein Fall gezogen. Ja, natürlich. Sure. Ich bin sehr gefährlich. Komm, ich greife auch vorne an. 58 Sekunden left in the game. Kickt it to Towns. Auch nochmal zwei Freiwürfe. Und beide gehen rein. Und hier ist Freak. Ja, da kann man auch mal ein bisschen dribbeln. Unserer... Komm, ein Dreier gönnen wir uns noch. Ein Dreier gönnen wir uns noch. Ah, schade. Egal. Gewonnen. Gewonnen. Juhu. 82 zu 71. Also die Hälfte der Korbwürfe haben wir reingemacht. 24 Punkte, 5 Rebounds. Haben natürlich hier ein bisschen lockerer gespielt als sonst. Kevin, much appreciated and now let's present our Jordan player of the game. Freak. Just a monster first quarter of the game. Thank you. Thank you. Thank you. Also, war ganz okay die Leistung. Aber es ging echt bloß ein bisschen darum, Spaß zu haben, einfach mal ein bisschen zu ballern. Schauen wir, ob es vielleicht noch eine Pressekonferenz gibt oder ähnliches. Also, war ganz okay die Hälfte der Korbwürfe. Okay, nein, gibt es keine. Dann war es das auch schon mit der Rising All-Star Challenge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da. Was ist vielleicht euer persönlicher Rising All-Star in der letzten Season gewesen? Wie findet ihr das Match überhaupt? Gute Sache. Nee, bräuchte man eigentlich nicht. Und ansonsten schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dann, euer Max.